Lord Woolsegg ist beschäftigt, Sir Longarm auf einer Mission im Ausland und ihr braucht eine neue Aufgabe. Deshalb entscheidet ihr euch weiter zu marschieren. Die Männer, die ihnen die Grafschaft der Ratte geschickt hat, haben versagt. Was kann ich dafür? Ich hab nur die Truppen gestellt. Die Ratte hat sie befehligt. Still! Erobert die Ländereien der Ratte zurück oder ich reiß euch die Zunge heraus. Ich muss mich um die Ursache des Problems kümmern. Die Vergangenheit des Wolfes ist geheimnisumwoben. Alles, was man von seinem Werdegang weiß, sind Geschichten und zweifelhafte Gerüchte. Abgesehen davon glaubt man, dass seine Eltern beide kurz nach seinem 18. Geburtstag eines natürlichen Todes gestorben sind. Dringt in die nächste Grafschaft der Schlange ein und verteidigt euch gegen seine Streitkräfte. Die Grafschaft grenzt an eine des Wolfs. Seid also wachsam, denn ihr müsst schnell reagieren, sollte er sich entschließen, sich zu zeigen. Platziert einen Bergfried, um eure Burg anzulegen, euer Gnaden. Platziert einen Bergfried, um eure Burg anzulegen, euer Gnaden. Platziert einen Bergfried, um euch anzulegen, felscheidung. Platziert einen Bergfried, fuhr schweisse, felscheidung der Schlange zu laufen. Platziert und mehr Gnaden. Platziert einen Bergfried und maximiert erraten, also bei Gnaden. Platziert einen Bergfried, den Schlange. Platziert ein Belgier zu nehmen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. 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 Ihr könnt auf uns zählen. Wir rücken aus. Und weiter. Sehr wohl, mein Herr. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Eure Beliebtheit sinkt. Der Kornspeicher ist leer, Sire. Die Truppen der Schlange greifen an. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten... Eure Befehle? Bin zur Stelle. Wir verlieren ein bisschen Gold. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ja. Sind auf dem Weg. Der Feind befindet sich in der Burg. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Bogenschützenbereit. Bogenschützenbereit. In Bewegung. Rücken aus. Eine kleine Soldatentruppe der Schlange befindet sich auf dem Weg zur Burg. Der Kornspeicher ist leer, Sire. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Wir benötigen Holz. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Ihr verwöhnt uns, mein Lord. Die Truppen der Schlange greifen an. Mein Bogen ist euer. Der Kornspeicher ist leer, Sire. Der Kornspeicher ist leer, Sire. Oh! Der Feind befindet sich in der Burg. Eine kleine Soldatentruppe des Wolfs befindet sich auf dem Weg zur Burg. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Extra-Rationen Die Schwertkämpfer des Wolfs sind hier. Wir sind verloren. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Ihr seid zu gütig, mein Lord. Das Ende naht. Die Schwertkämpfer des Wolfs befindet sich in der Ring. Die Schwertkämpfer des Wolfs wachsen. Jungen seit Westerkämpfer des Wolfs befindet sich an der Rücksempferet, und zwar die Schwertkämpfer des Wolfsbeid. Der Feind ist ein bisschen Werbärs. Das war's für heute. Ah! Mein Herr? Pfeile bereit! Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Seid. Allzeit bereit! Eure Beliebtheit steigt! Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Der Feind befindet sich in der Burg. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Man rückt dem Lord zu Leibe! Wir haben den Feind... Nicht schlecht. Das nächste Mal werde ich euch nicht unterschätzen. Eure Befehle? Der Kornspeicher ist leer, Sire. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Bis Zeit, wer will being told? Ich brauche ihn mit unseren Geheimdiensten. Die Nahrungsvorräte schlappen. notwendig, insbesondere sage Ertzschlösen. Bedeut sich auch mit dem Geheimdiensten, finden Sie in drei und vier Jahren. Es ist das Prügel. Gnaden ist verschwunden. Es ist noch einmalig, Ertlösenküchern. Es ist ein paar Sirenenküchern, bei der Schleimdienste, Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Wir benötigen Gold. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Wir benötigen Gold. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Doppelte Rationen, großartig! Wir benötigen Gold. Wir benötigen mehr Holz. Bin zur Stelle. Eine Botschaft, Herr. Hier, nehmt dies. Dieser Bauplan für eine Armbrust wird euch gegen euren neuen Widersacher helfen. Wir beten, dass es ausreicht. Bin zur Stelle. Ein weiter Weg. Ja. Sind auf dem Weg. Eine Botschaft, Herr, Sire. Unsere Pfeilmacher sollten so schnell es geht Armbrüste bauen. Wir müssen bereit sein, wenn die Männer des Wolfs zurückkehren. Ah! Wir benötigen Holz. Ich bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Wir benötigen Holz. Wir haben nicht genügend Holz, mein Lord. Wir benötigen Holz. Wir sind nicht genügend. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Es werden Rekuten benötigt, sei er. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Wir benötigen Gold. Wir benötigen Steine. Mein Bogen ist euer. In Bewegung. Die Holzvorräte sind zu knapp, Saja. Achtung! Es werden Waffen benötigt, Saja. Bin zur Stelle. Achtung! Bin zur Stelle. Mein Herr, Rücken aus! Eure Befehle sind auf dem Weg. Achtung! Achtung! Und Marsch! Achtung! Bin zur Stelle! Bieten! B eleer! B, 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 B... Das war's für heute. Die Goldvorräte sind zu knapp, Sire. Ein Bauer befindet sich auf dem Weg. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Bin zur Stelle. Vorwärts! Ja! In Bewegung! Und los! Im Laufschritt! Womit kann ich dienen? Eine Botschaft der Schlange. Es ist aus, mein Freund. Seht es endlich ein. Sire! Waffen geschultert! Eine Botschaft der Schlange. Nicht schon wieder. Ich kann euren Anblick nicht mehr tragen. Das nächste Mal habt ihr nicht so ein Glück. Achtung! Es werden Rekruten benötigt, Sire. Achtung! Bereits eure Landschaft! Zur Stelle! Und Marsch! Und Marsch! Achtung! Rücke aus! Nahrung! 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 Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Achtung! Ja, Herr! Und los! Rücke aus! Was gibt's? Ja, Herr! Manchmal hilft nur Muskelkraft. Ja, Herr! Achtung! Sire! Vorwärts! Achtung! Waffen geschultert! Im Laufschritt! Was wünscht ihr? Bewegt euch, Hunde! Achtung! Bereits eure Lordschaft! Bereits eure Lordschaft! Zur Stelle! Achtung! Achtung! Und los! Und los! Und Marsch! Achtung! 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 Ja, Herr! Sire! Vorwärts! Ja, endlich! Und erpäude! Achtung! Boutin! 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 Doppelte Rationen, fantastisch! Entlegene Dörfer sahen eine Truppe des Wolfs auf dem Weg in diese Richtung. Achtung! Waffen geschultert! Bogenschützen bereit! Waffen geschultert! Bereit, eure Lordschaft! Achtung! Dieses Mal werde ich euch besiegen! Im Laufschritt! Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Siler! Was gibt's? Den ganzen Weg? Streitkolben hoch! Ja, hör! Bewegung! Na los! Jawohl! Zeigen wir es Ihnen! Auf ins Getümmel! Euch mach ich Beine! Der Feind ist eine Botschaft des Wolfs! Ihr solltet mich besser nicht reizen! Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire! Und sieh! Die Mittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden! Dank der Pläne für die Armbrust, die euch der Fremde mit der Kapuze übergab, konntet ihr nicht nur eine weitere Grafschaft befreien, sondern auch den ersten Sieg gegen den Wolf erringen. Untertitelung des U.S.